Wie ist es möglich, dass Menschen aus 35 Nationen mit fünf unterschiedlichen Religionen auf engstem Raum friedlich und respektvoll miteinander umgehen, miteinander leben, miteinander arbeiten und das teilweise bis zu zehn Monate? Das funktioniert, wenn das Leitbild gelebt wird. Mein Name ist Thorsten Joost. Ich war sechs Jahre lang Seefahrer und ich habe in der Zeit, die mich wirklich sehr geprägt hat, gelernt, was es heißt, wenn ein Leitbild wirklich geliebt wird. Wie ist das denn bei Ihnen? Haben Sie ein Leitbild? Wird das gelebt? Oder hängt das auch nur in irgendwelchen Räumen rum oder in irgendwelchen Gängen und wird von den Mitarbeitern eigentlich gar nicht beachtet? Es gibt viele wunderbare Beispiele, tolle Storys aus meiner Seefahrerzeit, aber auch von anderen Unternehmen, die das wirklich beispielhaft machen, das Leitbild leben. Und die erzähle ich in meinem Vortrag und helfe Ihnen. Ich inspiriere Sie dazu, Ihr Leitbild wiederzuentdecken und zum Leben zu erwecken. Ich freue mich drauf. Bis dann.